Hallo, hier ist Christoph von taptech.de und das ist eine Videoaufnahme mit dem Motorola XOOM 2 Media Edition. Die Videoqualität sieht im Display relativ gut aus. Im Display ist auch alles schön zu erkennen durch das IPS-Display, was das Gerät hier hat. Mehr von Motorola XOOM 2 Media Edition findet ihr auf taptech.de bzw. in meinem YouTube-Kanal zu den einzelnen Videos.